hallo liebe freunden und fans abonnenten alle zuschauer hier mal wieder ein video von pokémon auf der fähre ihr wisst pokémon ist zurück zu seinem ausgerufen schrieb zu edeka kose link findet ihr unter dem video und arbeitet seit dem ersten sechsten auf der nordseeinsel und mit dabei heute der gym einer meiner neuen abonnenten der mich jetzt fleißig begleitet und ihr seht das ich bin auf der rückfahrt jeden tag sechs tage die woche bin ich zehn stunden nicht zu hause das heißt aktuell keine zeit für videos aber ich denke ich werde nur für euch jetzt sonntag das nächste video drehen zudem steht die gewinnspielauslosung die stetig zum sechsten sechsten fallen sollte noch aus und all das wird passieren hier einmal für euch die nordseeküste da hinten haben wir norderney und wir fahren jetzt nach norddeich durch wo wir nicht hin können weil vorne ist kein fenster leute bleibt am pokémon schalte wieder ein bis zum nächsten video euer pokémoni und jim